Hallo, mein Engel. Wie geht's dir? Bleibst du heute bei mir? Wer sind sie? Was wollen sie? Ihnen wird vorgeworfen, Kinderpornografie im Internet verbreitet zu haben. Warum bist du hier? Ich weiß es nicht. Die gesamte Akte ist mehr oder weniger fake. Ein Kompromat? Hör zu. Wenn du verurteilt wirst, bedeutet das 10, 15 Jahre Knast. Hau ab, mein Freund. Der Franzose aus ihr Kunst ist geflohen. Aufmachen! Es wird alles unternommen, um zu verhindern, dass ihr die Grenze überquert. Weiß jemand, dass Sie hier sind? Jemand hat ihm geholfen. Darf ich vorstellen? Svetlana. Wo ist der verdammte Franzose? Keine Ahnung. Er will über die Grenze nach Estland fliehen. Die einzige Lösung ist, sich den russischen Behörden zu stellen. Aber ich bin unschuldig, verdammte Scheiße! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020